Musik So dass auch die ganz skeptischen Leute ein bisschen von neuem Gewahrheit haben. Alle Bauern wie Seelen. Sie wissen nicht, was wachsen wird und ob es wachsen wird und in welcher Geschwindigkeit es wachsen wird, aber sie sehen immer Bienen. So die menschliche Physiologie, das menschliche Augen ist gebaut, um zu funktionieren wie die Seasons. Es ist verändert. Die menschliche Physiologie, das menschliche Arbeit funktioniert so wie die Jahreszeiten. Veränderung. Eine andere Patientin kommt und sagt, kann ich Sie touchen? Und ich schaue den occipitalen Punkt und sie bekommen sechs Länge in der Sehntafel. Und dann geht der nächste Patientin und nichts passiert. Es wird schlimmer. Warum ist das so, dass ich bei dem einen Patienten hinten die occipitalen Punkte reibe und kriege eine Verbesserung von sechs Reihen auf der Sehntafel und zwar sofort. Und bei dem anderen mache ich das selber und nichts passiert. Warum? Ich habe zwei Patienten, die beide in Minus-3-Brede in der Hand. Der eine sitzt da, der andere sitzt da. Und ich gebe beiden eine Plus-1-Brede über ihre Minus-3-Brede drüber. Und warum ist das so, dass ich zwei verschiedene Reaktionen kriege? Patient A sagt, ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Und wir schauen jetzt an Minus-2-Brede und er hat immer noch 100% Visus. Und diese Person sagt, oh, das ist ja furchtbar, das halte ich ja überhaupt nicht aus, alles ist so unschar. Die Wissenschaft sagt, aber es ist doch das Gleiche. Aber das Bewusstsein und das Gewahrsein zeigt, hm, hm. Zwei verschiedene Codes. Auch ein Code zu entziffern heißt, einfach hineinzugehen in den Lebenszyklus des Menschen. Denn ihr ganzes Leben ist involviert in der Art und Weise, wie ihr jetzt seht.